Willkommen zurück, weiter geht's auf dem Weg nach Scheuerfels. Ich nehme unterwegs mit, was mir vor den Bogen läuft, denn ich habe uns schon wieder komplett blank gekauft in Meridian. Dafür haben wir aber diese tolle neue Waffe, diese hier. Aber wir haben nicht besonders viel Lohe, um sie auch zu befolgern. Und insofern mitnehmen, was geht, bleibt meine Devise. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ich tatsächlich diesen Weg gefunden habe zwischen den Bergen durch. Normalerweise verrecke ich immer vor irgendeiner Felswand und teleportiere uns dann irgendwo anders hin. Ja, was? Nein, Jagdprüfung wollen wir nicht. Oder? Nee, wir wollen keine Jagdprüfung machen. Links sind nur die Jagdprüfung, okay. Wir gehen dann hier weiter. Wir gehen dann hier weiter. Es ist schön, auch mal irgendwie zwei Minuten zu laufen, ohne dass die Umfälle nicht mehr verändern wird. Das nehme ich lieber mit. Fischer! Das ist ganz schick. Wir können jetzt einfach warten, bis er herkommt. Er schwimmt in unsere Richtung. Ich bin jetzt einfach. Das war's. Panzerwanderer, mit denen es nicht gut Kirschen essen. Die sind schnell, sie entdecken einen schnell und sie sind ätzend zu bekämpfen. Aber sie sind äußerst anfällig auf mein Lieblingsspielzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, weia. Okay. Gut, leider ist der eine gar nicht so kaputt, wie ich ihn gerne hätte. Ähm, nein. Gut. Gut. Dieser Anti-Schock-Trank tut auch seinen Job. Das ist witzig, ne? Ich kann noch auf den schon abgeschossenen Behälter schießen. So, das war's. Gut. So wird's gehen. Spaßes halber. Seht ihr das? Ah, ist ja toll. Okay, Entschuldigung. Das nehm ich für unterwegs mit. Ich bin, 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 ich Oh, 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 oh. Oh, oh, das da ist dieser Wurm, von dem ich schon mal erzählt habe. Und das ist auch noch ein verdorbener Wurm. Oh Gott, wie ich diese Würmer hasse. Okay, aber da wollen wir auch gar nicht hin. Wir wollen hier hin. Wir legen uns mit dem da an. Ein Verwüster, okay? Mal gucken, ob ich den von hier schon erwische. Pam! Oh, das wird eine laute Sache. So, ich würde sagen, jetzt habe ich ihn maximal geärgert. Und da liegt doch jetzt bestimmt irgendwo seine Waffe. Die hätte nicht gerne. Was planscht da? Planscht da was? Nein. Da. Okay, er weiß auch, was ich vorhabe. Hey, mit der Waffe könnte ich vielleicht den Wurm erledigen. Stufe 23. Ist das cool. Das bedeutet auch ein weiterer Fertigkeitspunkt. Ich glaube, uns fehlt aber noch einer für das nächste Rolle, was ich haben will. Außerdem kann ich mit der Waffe bestimmt nicht durchs Wasser. Wir versuchen das gleich mal. Spaßeshalber. Okay. Diese ganzen Teile, die habe ich dem abgeschossen. Ich versuche jetzt mal mit der Waffe durchs Wasser zu kommen. Wahrscheinlich saufen wir einfach ab. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Okay, es geht nicht. Die Waffe bleibt zurück. Gut. Damit hat sich mein Wurmplan erledigt. Ähm, wo sollen wir denn lang? Gut, gehen wir hier lang. Ich gucke ja immer mal ganz gerne zwischendurch auf die Karte hoch, um zu schauen, ob wir irgendwas da nehmen. Nämlich, seht ihr, wir sind ganz nah an einer Banuk-Figur. Das habe ich mir schon fast gedacht, als ich das da oben gesehen habe. Seht ihr die Zeichnung auf dem Berg? Ist toll, ne? Da müssen wir hin. Da sind die Banuk-Figuren. Ähm, und ein Grau hab ich. Okay, den haben wir maximal beschädigt. Okay. Up his hands. Was habe ich denn da abgeschossen, frage ich mich. Scheint nur der eine gewesen zu sein, ne? Sonst hätten wir ja längst schon Besuch. Oh, cool. Okay. Hm. Da, tada, guckt, eine Holzkur, niedlich, ne? Zack, so, Markierungen machen wir weg, da ist unsere Holzfigur, weg, und dann sehen wir zu, dass wir wieder runterkommen, meistens gibt es irgendwie einen schnellen Weg, ja, hier. Hops, ach, das ist schon schick. Hoffentlich setzt es uns auf dem, an der richtigen Seite des Gebirges ab, sonst renne ich gleich wieder gegen die nächste Wand. Boah, guck mal, hier der Himmel, das ist toll, ne? Berge, Wahnsinn. Da geht der Mond auf, da runter. Das reibt ein bisschen. Panzerwanderer. Der ganze Schnee hier, toll. Okay, da ist schon wieder was Leuchtendes. Ähm, ein Plünderer. Ist da noch ein Plünderer? Ja, sehr gut. Ganz ruhig. Okay, das hat nicht mehr funktioniert, der hat mich nämlich hier schon gesehen. Ich bleib' jetzt einfach mal hier sitzen. Hey. Gut. Tja, die haben mich leider gesehen, bevor mein Pfeil Wirkung zeigen konnte. Stürmer. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Stürmerareal entdeckt. Das ist toll, oder? Hier, dieses Morgenlicht auf den Bergen. Alter. Ach, ist das schön. Das ist ja mein wirklich aller 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 erstes Spiel. Und ich habe mir schon sagen lassen, dass es danach nicht mehr viel gibt, was die Grafik und die Darstellung anbelangt. Ich habe jetzt den Vergleich nicht, aber das ist wirklich der Hammer. Das ist echt einfach nur der Hammer. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ähm. Wo sind wir? Okay. Muss ich da, wie soll ich da rüberkommen? Okay. Springen. Ja. Geht. Das hier muss Scheuerfeld sein. Maratsagent sollte inzwischen am Marktsatz angekommen sein. Hallo. Ein Händler. Oh. Oh. Ich bin da. Ich muss dir nur ein wenig Gefühl nehmen. Was ist denn da? Ich bin da. Oh. Guck mal wie hübsch, der hat hier so Rüstung stehen, wie in so einer Ladenzeile, das ist echt toll. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte eine Schatzkiste. Spur markieren wo? Was? Das ist Maratsagent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas, mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Begib dich zu Derwalds Lager. Aber erstmal suchen wir uns ein Feuer. Da ist es. So, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal und reisen zu Derwalds Lager, dem Oberbösewicht und hauen dem Wasser an Latz. Hoffentlich. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Do you you